Ja, hallo YouTube und zur nächsten Runde im Live-Let's-Play Subnautica. Das kontrollierte Ersaufen geht weiter. Oder unkontrollierte, je nachdem. Nach meiner Verpeiltheit, die ich heute so an den Tag lege. Eher unkontrolliert. Na, das ist ja wohl... Komm, du mir mal angeschissen. Jetzt habe ich schlechte Laune, Junge. Kann es ja wirklich nicht sein. Weiss gemütlich ein Stück ab. Ja. Zuerst habe ich mal gedacht, wir hätten da fast zu viele von diesen Kästen. Jetzt haben wir wahrscheinlich dann langsam zu wenigen. Zwei Tischkorallenproben. Na, toll. Und so schön dunkel. So, Quartz haben wir oben auch noch. Ja. Null. Oh ja, sagt nichts. Welcome aboard, Captain. Ja, beide... Okay, verdutzt rein, schau. Zumindest das Zeug hier wächst. Ist ja zumindest etwas, was funktioniert. Ja. Zu der letzten Livestream-Runde von The Long Dark noch schnell zum sagen. Ähm... Die restlichen Teile sind, glaube ich, noch drei Teile, werden noch nachgereicht. Ich habe morgen Vormittags noch ein klein wenig Zeit, dann werde ich schauen, dass ich zumindest mit sicher einer Folge Subnautica noch gleich die restlichen Teile von The Long Dark hochjage auf YouTube. Ja. Dann wäre das auch erledigt. Wie gesagt, unsere Reihen spürt natürlich die Auswirkungen von Feiertagen um einiges kräftiger. Da, ihr wisst schon, Service und Gastronomie und ja. Gut. Sollten wir eigentlich alles zusammen haben. Kupferdraht, Glas haben wir auch noch, ähm... Ja, Glas haben wir, Kupferdraht haben wir, ähm... Zwei Säurepilze, dann machen wir da noch eine Batterie draus. Gut. Und dann gehen wir hinter das Ladegerät. Wo schrauben wir das Ding dran? Hier möchte ich... Gut. Eigentlich brauchen wir hier ja keinen Fabrikator zu installieren. Ähm... Ja, so in etwa. So, und dann gleich mal alle, äh... alle Altbatterien entsorgen. Was haben wir da noch drin? Jawohl. Und geht... Haben wir auch raus. Da haben wir noch genug Energie. Ähm... Dann noch zwei leere Batterien. Und... Ich hoffe jetzt mehr... Strom reich. Bis zum nächsten Morgen. So. Ah... Und ist das Ding am Laden? So. Ähm... Kein Plan. Äh... Sieht nicht so aus. Ähm... So. So. Der Scanner haben wir auch wieder in Betrieb genommen. Wieso lädt das Teil nicht? Ah, doch. Es lädt. Etwas langsam, aber geht voran. Ja. Ja. Jetzt haben wir... Die sollten ja eigentlich schon... Null. Ähm... Man kann's auch so machen. Voilà. Da... Finden sich die Dinger jedes Mal wieder ein. Ah, da können wir... Die mal wieder einpflanzen. Ja. Dann haben wir da noch etwas Silberblei und... Ja. Sonstiges Gelumpe. Ähm... Etwas Zeit haben wir noch. Ich glaube wir machen uns doch mal... Auf die Suche nach einem... Kleinen Gebiet in dem wir die Wohngegend... Ja. Gehen wir mal in diese Richtung. Finden sicher etwas... Was uns in... Unterwegs in die Quere kommt. Nehmen wir natürlich mit. Ja. Etwas... Klein wenig tiefer darf es sein. Wir müssen ja irgendwie dann noch... Ähm... An unsere U-Boote denken. Die später mal hinzukommen. Ja. Ja. Und ne Idee... Die ich mir überlegt habe... Wäre ja ein Kuhspion, aber... Ähm... Ist... Etwas... Wenig lebensfreundlich... Und eher sehr lebensfeindlich. Oder die schwebenden Inseln. Aber... Ähm... Ja. Wir sehen mal nach, wo es uns hin verschlägt. Und suchen auch gleich noch etwas die Umgebung ab. Denn... Dahinten wäre die Rettungskapsel 7. Sieben. Noch am rumdümpeln. Und wer weiß... Vielleicht... Ähm... Stolpern wir noch in den letzten Atemzügen... So über... Einen kleinen Diamant. Die Vehicle Bay sollten wir ja auch noch irgendwie zusammenkriegen. Da haben wir... Glaub ich... Da fehlen auch noch die ein oder anderen Teile dazu. Also wie gesagt... Viel zu tun. Und wie immer... Viel zu wenig Sauerstoff. So... Da geht es vernünftig runter. Vernünftig nach an der Aurora. Ähm... Ich glaube ich sammle zumindest mal... Ne... Ist eigentlich eine doofe Idee. Jetzt schon Metall sammeln und eine Röhre hinzustellen. Die finden wir im Leben nicht mehr. Ach ja... Einfach so dahin gleiten. Zwischendurch mal von irgendwelchen... Freundlichen Viechern aus der Nachbarschaft flüchten. Was will man mehr? Zum Beispiel ne Taschenlampen. Das... Hat nix gebracht. Also der Trick von früher... Fast nicht mehr. Ich muss jetzt das Frag... Ah... Hier. Ja... Das was da oben drauf liegt... Okay... Hier... Toll... Jetzt gibt's mit Stäbchen... Käpt'n Uglow von Fristas... Äh... Oder so ähnlich... Na Junge? Hast du genug? Kann ich jetzt hier mal... gemütlich einscannen, was wir noch finden? Ja... Das dauert aber... Ja... Das dauert aber... Hätten wir ja auch schon... Aber wir haben die mobile Vehikel dabei... Ja... Das ist schon zumindest... Mal etwas... Das heisst... Das heisst... Jetzt mal ganz kurz... Kannst du auch mal an der Oberfläche filmen? Das heisst... Wir können noch einmal schauen... ob wir unter Umständen... schon... die Baupläne zusammen haben... die wir brauchen... für... zum Beispiel... eine Seemotte zu bauen... Ah... Kollege... Ist in Ordnung... Weisst er was Junge? Du legst dich nur auf die Fresse... Lass es sein! Nein! Immer die... Na... Kaläuke... So... Hat mich das Fischfutter... jetzt... endlich... vergessen... Können wir jetzt... etwas weiter machen... Uh... Und ich sehe... Dies ist natürlich... auch... ein... ganz... feines Stückchen... Ich... vermute... Mal ohne abzusaufen... Wir schauen uns das Teil jetzt gleich noch an... Wir sind zwar schon ganz knapp an einem folgenden Ende... Und sehr dicht an der Aurora... Aber... Dies sieht doch mal gut aus... Oder nicht? Schönes Plateau... Mut ja jetzt auch nicht 200 bis 300 Meter tief sein... Dieser Tief erreicht... Drei Biome anschliessend... Grasland... Ähm... Ebene und... Das Safety Biome... Ja... Kann man brauchen... Ähm... Ja... Genau... Und... Zauberau 14 runtergeknabbert... Jetzt aber... Husch... Gut... Für das müssen wir... Unbedingt mal... Die... Strahlungsquelle... Aus... Hebeln... Aber das wäre schon mal ein Gebiet... Das wir uns merken können... So... Jetzt nicht zu dicht an die Aurora... Und... Da waren wir... Ja... Auch schon... War das noch etwas... Null... Da... Salz... Können... Wir... Ja... Mal... Mitnehmen... Kann man immer... Auch nicht... Weiss... Zwar jetzt... Eigentlich... Brauche ich dafür... Was von den... Schlingpflanzen... Für das... Huch... Was war das? Ach ja... Sind wir schon soweit... Nun... Ja... Okay... Wir sehen... Wir kommen... Immer wie mehr... Weg... Von der Aurora... Hm... Ja... Und dann würde ich sagen... Nehmen wir das gleich... Aus... Anlass... Für in der nächsten... Folge... Etwas weiter zu suchen... Danke... Jungs... YouTube... Fürs Zuschauen... Und... Bis zur nächsten... Folge... Tschüss... Tschüss... Tschüss...